Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich keine Tutorials machen und nichts erklären oder an Technik vorstellen. Heute möchte ich einfach nur den Moment nutzen, um Dankeschön zu sagen. Und zwar möchte ich mich für deine Unterstützung bedanken, für dein Engagement zu meinen Videos und zu meinem Kanal. Denn ohne Abonnenten und Zuschauer funktioniert natürlich auch dieser ganze Kanal nicht. Und ich freue mich über die große Teilnahme eines jeden von euch zu meinen Videos und zu meinen Beiträgen. Also vielen Dank nochmal an alle fürs Zuschauen und fürs regelmäßige Unterstützen. Ich möchte noch ganz kurz was zum Video zur 200D sagen. Und zwar ist das Video zur Canon 200D, wenn du es noch nicht kennst, schau es dir einfach mal an, das Video, was am meisten geklickt und auch subscribed wurde hier bei YouTube. Und ich glaube, dieses Video war so ein bisschen das Schlüsselmomentum für meinen Kanal, um auch empfehlenswert für YouTube zu werden, im Sinne von, es wird dir auch vorgeschlagen, beziehungsweise dir fällt es auf, du siehst mal ein Video von mir. Muss ja nicht unbedingt dieses sein. Vielen Dank dafür. Ich habe mich riesig gefreut, als ich im Nachgang ganz viele Nachrichten bekommen habe. Und unabhängig von den anderen Videos ging es sehr häufig um diese Kamera. Und ich freue mich einfach nur, wenn ich ein bisschen helfen kann, wenn ich mit meiner Antwort und vor allem mit meiner Erfahrung etwas mitgeben kann, im Sinne von, du musst nicht alles irgendwoher lesen oder von jemandem erklären lassen, der vielleicht gar nicht weiß, wie es funktioniert, wenn du mich fragen kannst. Da freue ich mich riesig darüber. Und ich freue mich, dass ich sozusagen jetzt auch seitdem zu jedem Video auch in den anderen sozialen Kanälen, nicht nur bei YouTube, auch Nachrichten bekomme zu meinen Videos. Vielen Dank dafür. Schaut gern mal bei Instagram vorbei, bei Facebook natürlich auch gern, beziehungsweise hört auch gern mal bei meinem Podcast rein, denn seit ein paar Wochen gibt es auch einen Podcastkanal von mir, der genauso heißt wie dieser YouTube-Kanal. Und ja, wer es noch nicht getan hat, sollte einfach mal die ruhigen Tage noch um Silvester nutzen, um vielleicht mal den ein oder anderen Beitrag von mir dort zu hören. Ansonsten bleibt mir nichts weiter, als mich nochmal zu bedanken für eure Teilnahme. 2020 ist eine ganze Menge geplant. Ich habe einiges in petto, ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich an neuen Themen bringen kann. Und da wird es natürlich immer um die Basics auch gehen, der Fotografie. Ich werde aber auch einige Sachen zum Thema Videografie reinbringen. Ich habe mir dazu auch einige Sachen an Equipment schon angeschaut, werde ich mir auch wahrscheinlich zulegen, um euch nicht nur besseren Content zu bringen, sondern auch zu zeigen, was man denn noch außerhalb der Fotografie machen kann, beziehungsweise wie man Fotografie und Videografie steigern kann. Ich hoffe, das wird interessant. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Und falls ja, unterstützt mich gerne, abonniert meinen Kanal, ihr kennt das Spiel, liked dieses Video. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start. Und vor allem, dass ihr an der Fotografie bleibt und eure Kreativität nicht verliert. Das ist das Wichtigste. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.